Der Schunk Kompetenz Award zeichnet besonders effiziente Applikationen und individuelle Lösungen aus, die wir gemeinsam mit Kunden realisiert haben. Voraussetzung ist ein sehr hoher Mehrwert für den Kunden, der durch deutliche Produktivitätssteigerungen belegt wird. Die Krause & Mauser Prezoplan GmbH stellt in ihrem neuesten vertikalen Präzisionsbearbeitungszentrum Bauteile her, die ohne Schunkwerkzeughalter in diesem Genauigkeitsbereich nicht realisierbar wären. Da die Schunkwerkzeughalter Tribos RM die Genauigkeit des Prezoplanbearbeitungszentrums 1 zu 1 auf das Werkstück übertragen, kann bereits beim Fräsen eine Bearbeitungsqualität erzielt werden, die den kompletten herkömmlichen zweiten Arbeitsgang des Polierens einspart. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.